Vogelperspektiven, also Darstellungen aus einer größeren Höhe als ein Mensch sie normalerweise erreichen kann, sind seit der Renaissance ein beliebtes Mittel der Architekturdarstellung. Ihre Aufgabe ist es, einen Überblick zu vermitteln. Zugleich aber sind sie meistens ganz großes Kino, um kühne Ideen zu präsentieren, zumal in Zeiten als Luftfotos und Flugreisen noch nicht zu unserem Alltag gehörten. Wir befinden uns in etwa über dem heutigen Gleis-Dreieckpark in Berlin und blicken Richtung Ost-Südost. Entlang von Gneisenau-Straße, Südstern und Hasenheide streift die Perspektive den Viktoria-Park mit dem Kreuzbergdenkmal, den Bergmann-Kiez, die Friedhöfe, die Hasenheide und das sich nach Süden anschließende Tempelhofer Feld. Nach links, das heißt nach Norden, begrenzt der Landwehrkanal das hohe Rechteck der Darstellung. Der Blick geht weiter über den Görlitzer Park, Alptreptow und den Treptower Park, Richtung Rummelsburger Bucht, Schöneweide und schließlich bis nach Köpenick, wo er sich über dem Müggelsee im weiten Horizont verliert. Die Zeichnung misst etwa 170 x 100 cm. Es ist also eine große, eine sehr große Darstellung. Ob der entwerfene Architekt Albert Gessner auch der Zeichner war, der mit flotten, impressionistischen Strichen Häuser, Straßen und Grünzüge in Temperafarben auf den Karton geworfen hat? Nein, vermutlich war er es nicht. Die Jahre um 1900 waren auch die Blütezeit der Architekturzeichnung und Architekten bedienten sich dafür häufig den Fähigkeiten spezialisierter Künstler. Das Motto in der unteren linken Ecke verrät uns, dass es sich um einen Wettbewerbsentwurf handelte. Ein Entwurf für den Wettbewerb Groß Berlin 1910, mit dem die zu eng gewordene Metropole nun erstmals mit Mitteln systematischer Planung über ihre Grenzen hinaus gedacht werden sollte. Die meisten Teilnehmer, wie zum Beispiel der Stadtplaner Hermann Jansen, entwickelten dafür riesenhafte Pläne, auf denen sie die wachsende Stadt und ihre Funktionsbereiche zu Gliedern suchten. Aber auch einzelne Aspekte, zumeist Straßenzüge oder Plätze, wurden gerne visualisiert. Christian Havestadt, Max Kontak und Bruno Schmitz etwa bedienten sich des hochmodernen Mittels der großformatigen Kohlezeichnung, um ihre Vision eines neuen Leipziger Platzes zu präsentieren. Der damals 42-jährige Albert Gessner war in der Hauptsache Architekt und berühmt für seine gleichermaßen komfortablen wie individuellen Wohnbauten. Noch heute gelten seine Mietshäuser als die besten der Stadt und werden für ihre besondere Behaglichkeit geschätzt. Vielleicht war es diese seine Leidenschaft, Architektur als Lebensraum zu gestalten, die ihn die ungewöhnliche Vogelperspektive wählen ließ. Mit ihr gelingt es ihm nämlich, sein Programm einer auf das menschliche maßbezogenen Großstadt anschaulich zu machen. Wie seine Häuser gestaltet er auch die Stadt aus Räumen, die ganz individuell auf Vorhandenes und auf ganz konkrete Bedürfnisse eingehen und damit Schematismus und Langeweile vermeiden. So ist sein Wettbewerbsmotto zugleich auch sein Programm. Werde wohnlichster Wohnort der Welt. Groß Berlin sollte noch zehn Jahre auf sich warten lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017